Für Paradiesvogel Dirk Heidemann fand sich nicht nur ein neues Federkleid im Osternest, sondern auch noch ein strahlendes Lächeln. Ich habe den Dirk vorhin am Gang getroffen und er kam mir so entgegen und meinte, hallo ich bleatsche gerade meine Zähne. Du hast vor der Sendung noch schnell deine Zähne gebleatscht, das steht dir. Du strahlst über den ganzen Borum hinweg.